Reinkennen! Weil letztes Jahr habe ich 24 Folgen. Dieses Jahr wollte ich eigentlich dasselbe machen. Naja. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir stehen gewesen sind. Erstmal mit dem Bug. Weil... Es gibt keinen Sound. Nein, 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 es lädt sich nicht auf. Ich will zu gern wissen, was Grund dafür ist. Hey, ich glaube es ist Tag. Und diesmal nehme ich mit 60 FPS auf. Manchmal habe ich auch ein bisschen mehr, wie es scheint. Ach du Scheiße. Ich habe wenig Herzen, das ist ungünstig. Okay, ähm... Hm. Ich werde mich das nächste Mal auf jeden Fall umgucken. Wegen... Sachen. Warte mal bitte. Ich habe meine Shanks auf 2. Äh, 12. Weil... Es soll schon länger sein. Ja, ich habe es während der Aufnahme gestellt. Egal. Äh... Soll ich die Kühe töten? Töten? Ich meine... Ich habe... Es tut mir leid. Nee, warte. Ich werde ihn nicht töten. Ich werde... Holz sammeln. Äh... Scheiße. Ich habe mich erschrocken. Da war ja was. Ich habe mich schon gewollt, warum der so langsam abbaut. Ja, ähm... Cool. Ich habe auf jeden Fall das, was ich wollte. Das war ein bisschen unerwartet. So. Ach, komm. So, ich habe ihn noch ab. Bei der hat es nicht so viel gedacht, aber... Weil dieser... Baum auch kleiner war. Okay. Ich werde jetzt ein paar Bäumelein abbauen. So. Das sollte erst mal so weit reichen. Weil ich möchte einen Zaun bauen, damit ich da wieder ein paar Tieren kann. hier reinpacken kann. Zum Beispiel sind nur so eine Farbe. Bloß das Problem ist... Oder die Frage ist... Wo packe ich da besser hin? Ich glaube, ich werde hier ein bisschen abflächeln. Flächeln. Äh... Halle... Lassen. Was machst du im Baum? Hm? Hm? Rubber! Radiogummi. Radiogummi. Ich werde nicht mal googlen. Dieses... Ich werde dieses Hungerproblem. fast mit dem grünen. Äh... Erde. ляh. äh... 2... ähm... Wie tue ich denn die Öpfel rein? Da, ne? Ja, da. Tu ich jetzt mal rein, weil... Essen kann ich ja gerade nicht. Offensichtlich... Fuck, ich habe nicht die Zeit gestellt. nein ich schätze ich nehme mir schon seit drei minuten auch schätze ich mal es heißt jetzt habe ich 40 ich spiele bis ich spiele bis ja nach 5 nach 0 50 also so 0 52 aber wir haben jetzt 0 40 ja ich nehme hier nachts auf weil ihr wisst ich bin ich mit den timings aufnehmen nein nein da bin ich wohl absolut habe der absolut größte folgen und ja keine ahnung ob meine eltern hören können die ich rede weil die schlafen aufsichten offensichtlicherweise schon ich hoffe dass die mikroqualität zumindest ein bisschen besser ist das könnte ich man hört kein hauschen aber ich glaube man wird allgemeine schlechte audio qualität hören wahrscheinlich ich habe nämlich testaufnahmen gemacht und da merkt man es ich werde hier meine erste team fahren wieder aufbauen ich möchte schon mal hier zurück und ich wüsste wie er weg nach hause geht ich weiß nicht was ich habe man knutschen seit längerem wo kommen die eigentlich her das ist nicht mehr sehr sicher hier weil ihr wisst warum das ist ja richtig richtig ich kann nicht fällen muss mich noch mal schlau machen ja ich verliere ich verliere Hungerwolken das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen ich regeneriere trotzdem nicht warte war es doch in Hungerwolken ein Problem oder war es einfach, dass ich nicht regeneriert habe äh wir stellen das mal nicht in Frage, weil Gründe nein ähm mach ich eben schnell ein Zauntor oh ist der Dunkel, da muss mich beeilen ab und zu fangen gerne nochmal ein paar Setzlinge runter ja, äh ich werde wahrscheinlich auch meine Maus und so und meine Tastatur hören natürlich, weil das ist mir auch aufgefallen so so dann brauche ich die erstmal so groß so ich habe auch nur von hier einen Eingang gemacht, weil da hinten brauche ich keinen, weil ich einfach hier rauf gehen kann ja, ich könnte auch schon fast schon hier rein schieben hier schwang, geh du mal da rein ach ich habe mein erstes Tier, juhu ja boah man ich gehe mal gleich nachgucken, was da los ist ich gehe mal gleich nachgucken, was da los ist das ist ja nicht normal ja, mir fällt gerade tatsächlich auf, dass ich gar kein Bett habe aber ähm warte ich will mal das ausprobieren das ist wahrscheinlich nicht klar ein Verzillas, aber 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 ähm wie macht man sich noch mal einen besseren ofen so ist es nicht richtig warte vielleicht auch so wie macht man noch mal einen besseren offenen block wir sehen uns gleich wieder ich muss noch kurz das geht einen normalen ofen und den damit da ist es doch vielleicht wer weiß wer weiß vielleicht kann ich damit etwas krasseres wie das hier vielleicht gibt es ja an gucken nein es gibt auch noch mal nicht kann man nur rein die uhr dann kann man auf jeden fall schneller was machen ich würde mir aber jetzt nicht angucken was man machen kann allerdings ich weiß gar nicht was ich hab grad kein bett hm vielleicht werde ich einfach genau ich weiß was ich mache oder ja komm ich mach es jetzt ist ein bisschen power rei das heißt jetzt wird ein bisschen gefahrs vorwartet oder einfach ein bisschen schnell timelapse also los gehts gut ja das ist schon blöd wenn ihr sand ist wenn ich hier oben so einen baum aber raum bauen ich hoffe das hier nicht was hier das war skype was es gemeldet hat da hat es gab schon ja gemeldet meine schau ist kaputt ja das ist das nicht so toll warte ich wieso kann ich mich regenerieren warte ich geh jetzt mal kurz wegen problem gucken wieso wir uns jetzt mal gucken ja keine ahnung äh ich muss jetzt mal kurz hoffentlich jetzt gerade schreibe ich nicht schnell weil ich halt gucken muss lesen muss ich werde mich noch kurz sehen wie dazu bringen dem essen zu verlieren ich werden ich kann mich keine chance ich könnte ich sagen ich könnte ich könnte ich mich damit wir sehen uns einfach noch mal wieder jetzt wieder okay ich bin wieder ich habe mich ein bisschen bewegt da war ein text was ich habe nicht sehen ist so leid hat hier hunger weil kennt du bitte das was ich sage so ich werde jetzt einfach die zeit auf 55 verlängern weil ich vielleicht ein paar sachen rausschneiden wird oder sonst irgendwas aber meine folgen sind teilweise auch sehr lang ich wollte eigentlich hier gucken aber das jetzt schon ein bisschen gefährlich wenn ich nicht regenerieren kann also bleibe ich oben das ist eine langweiligere folge aber ich wollte mir eine rausbringen weil ich das letzte halt finden möchte und ich erst mal folge 31 bin und das letzte schon fast zwei jahre halt ist ja ich glaube meine stimme hat sich deswegen noch nicht gar nicht einmal verändert also ich hab nur ich war 15 dieses projekt angefangen habe ich bin jetzt 17 meine stimme hat sich nichts verändert vielleicht war ich mein stimmbuch 2014 hatte oder 2013 ich weiß das ist nicht und das war für mich leichter weil meine stimme hat sich doch nicht so krass verändert das funktioniert schon mal nicht wie sie uns jetzt okay ich habe leider keine lösung gefunden bis jetzt ich kann mich noch mal später über schlau machen ich weiß nicht was auch kommt jetzt darauf anlegen ich habe mal ein bisschen risken brisken riskend no fun äh no risk no fun jetzt da ganz viel zombies gehört ist der Tag tag wie perfekt ist das denn oh da ist ein zombie wie nicht perfekt burn oh. Ich hasse diese kleinen, ich hasse diese kleinen, ich hasse diese kleinen Viecher. Verpiss dich. Ja, steck fest. Ah. Ich hasse diese kleinen Viecher. Ich lebe jetzt ein bisschen am Limit. Äh. Ja, ich brauche Drehganschäden. Vielleicht kann er mir einen an den Kommentaren schreiben, was ich machen könnte. Bitte. Ich kriege fast nie Kommentare. Vor allem, die mir helfen. Weil ich noch ein Anfänger bin im Netzbild. Bitte hilf mir. Das wäre sehr nett. Äh, also... Die Hülle werde ich definitiv später noch richtig ausbauen und bearbeiten. Vielleicht werde ich ein bisschen mehr Material und so gesammelt habe. Aber... Ich kann jetzt echt nicht so viel machen. Also, werde ich jetzt die Folge einfach hier wenden, sag ich mal. Bitte hilf mir. Das wäre ziemlich nett. Und ja, ähm... Ich hoffe, dass ich später bald hier normal spielen kann. Normal, bitte hilf mir. Okay. Das war's dann von mir. Wir sehen uns hier mal in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wann die rauskommt. Irgendwann, ne? Bye. Bis zum nächsten Mal.